Willkommen zur Knopfforschung. Nun, viele von Ihnen fragen sich sicherlich, ist jetzt hier Rot größer als Schwarz oder sogar Schwarz größer als Rot? Nun, das ist eine Frage, die die Wissenschaft noch nicht direkt beantworten kann. Vielleicht ist auch Rot gleich groß wie Schwarz oder Schwarz gleich groß wie Rot. Ganz egal, wie auch immer das sein mag. Am besten erklären kann man es natürlich im Christ und München, dem ersten Magie-Theater, Nahdran-Theater in München. Da kann es natürlich sein, sind entweder die Zauberer größer oder die Adresse größer oder die Zauberer kleiner oder die Adresse kleiner. Ganz egal, letztendlich ist natürlich beides gleich groß. Nun, das ist schon mal sehr interessant, ist natürlich dieses Messer, was nun US-amerikanische Forscher aus Philadelphia herausgefunden haben, dass dieses Messer eine Besonderheit aufweist, dass es auf der einen Seite weiß ist, aber durch Handwärme sich seine Farbe verändert von weiß nach schwarz. Das sind Nanopartikel aus der Forschung, die dann eben halt diese Farbveränderung vollbringen. Ja, das ist halt das Besondere und ich bedanke mich fürs Zusehen und wäre wirklich schwer begeistert, wenn Sie beim nächsten Mal wieder bei der Knopf-Forschung mit dabei sind und wieder einmal einschalten. Vielen Dank!